Deutsch lernen, Deutsch spielen 5 Lehrbuch 28,98 150% plus Katrin, du hast gesagt, dass das Leben ohne Musik nur halb so schön ist. Stört dich Musik hören beim Lernen nicht? Ich meine nicht, dass es schädlich ist, zum Beispiel bei einem Fach, das ich gern habe und gut kann. Und wenn du keine Lust zum Lernen hast und das Fach schwierig ist, bist du dann für oder gegen Musik hören? Dann höre ich nicht mehr Musik. Früher habe ich das getan, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe mich nämlich nicht auf das Lernen, sondern auf die Musik konzentriert. Oft habe ich doppelt so viel Zeit wie sonst gebraucht. Jetzt höre ich meine Lieblingsmusik erst dann, wenn ich mit den Hausaufgaben fertig bin. Ich freue mich immer schon darauf und bin auch schneller fertig. Machen es deine Freunde auch so? Also, einige lernen auch bei lauter Musik, aber jeder Mensch ist anders. Jeder soll es sich selbst überlegen, wann er Musik hört. Machen es deine Freunde auch so, wie ich sie nicht überlegen. Vielen Dank.